No 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 Was Nimmst du auf? Ja Achso 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 Das ist ganz ruhig Das ist ein größerer Gräber Das ist ein kleiner Köhler, oder? Vielleicht ein kleiner Dorsch Ein kleiner Pollack Nein, ein kleiner Seelachs Seelachs Den kann man zurücksetzen, oder? Ja Guck mal, der wurde von einem Tinnenfisch angefallen Oh, du armer Baby Guck mal, der wurde vom größeren Fisch angefallen Oh, du armer Baby Mitnehmen oder nicht? Nein Nein Tschüss Dreh, 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 dreh Los Kurbel Du darfst nicht loslocken Du darfst nicht locker die Schnur lassen, oder? Das ist einfach nur ein kleiner Köhler wahrscheinlich wieder Wie schwer ist denn das? Wie schwer ist denn das? Wie schwer ist denn das? Ja, guck mal her Ja, guck mal her Nicht locker lassen die Schnur Ja, auf hier Au, 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 au Was haben wir hier, ein Pollack oder ein Köhler? Au Etwas Heftiges Richtig fest Genau Und jetzt musst du das Messer ausklappen Nicht zu schnell, oder? Denkt an das Wasser sehr kalt? Oh Da sind nicht da her ganz viele Ja? Guck mal Ja, guck mal, das sind kleine Pollacks oder sowas, gell? Das war aber nichts Das war aber nichts Ich hab jetzt was Nee Echt? Ja, ja, ja Jetzt sieht's Jetzt sieht's Hör mal, siehst, 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 siehst Du meinst, das ist großartig Nein, 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 nein Ich weiß Das ist großartig Ja, ja, halt die Kamera Halt die Kamera Hey Leute, das war so ein großer Büsch Es ist noch natürlich klar, dass du die Lieder durch diese Rüden dort entkannst Ja, natürlich Da ist der. Habt ihr es gesehen? Das ist wahrscheinlich ein großer Köler. Ja, das ist ein Köler. Das muss ein Köler sein. Oh nein, das ist ein Pollack! Riesen Pollack! Ein Riesen Pollack! Wenn möglich. Nein, das gibt es doch nicht. Oh, der ist aber riesig. Das ist aber ein Riese. Ich habe sogar Angst vor dem. Du hast Angst vor dem, oder? Ja. Soll ich dir helfen irgendwie? Luna, Luna, Luna. Meine Beine. Der ist natürlich der stärkste. Aber du siehst den Katzen in den Algen. Nein, scheiße, das ist Eis. Wow, habt ihr es gesehen? Das ist echt ein dicker. Ja, aber pass auf, da ist Eis. Ich will mal das gar, falls ich schlafe. Ich will mal das gar. Ich will mal das gar. Ich will nicht halten, Luna. Wir setzen dir ja schon. Ja, aber nur damit ich hier ein bisschen festhalten kann. Nein, nein, nein. Das tut ihm ja weh. Das wollen wir nicht. Entschuldigung. Ich will das Ding mal weg. Ich will ihn weg. Boah, die Angel ist mal fast da rausgefallen, falls du es weißt. So, Luna, das ist der Fall ab, den du gehabt hast, den du rausbekommen hast. Aber das ist auch verständlich. Ich gucke dir das Ding mal an. Hast du denn auf der Videokamera jetzt richtig drauf? Ja. Wow. Sieht aber teuer aus. In Honak hat die Luna gehackt. Die Luna. Wahnsinn, oder? Wir sehen, die nart werden ja положend aus. Nur mit drin. Aber noch den buscar. Die repository. Waist du anschaut. Das Anna Lenkfall wird zum Job zu. Auf Z NaturalS界.